Der Mensch beruht auf vier aufeinanderfolgende Leben, die miteinander verbunden sind. Er ist mineralisch, weil er aus Salzen, Wasser und anderen Mineralien besteht. Er ist pflanzlich, weil er sich wie diese ernährt, wie diese atmet und sich fortpflanzt. Er ist animalisch, da er sich seiner Umwelt bewusst ist und Vorstellungskraft und Erinnerung besitzt. Und der Mensch ist auch ein rationales Wesen, weil er Wille und Vernunft bewusst einzusetzen vermag. Wir tragen in uns vier unterschiedliche Leben. Und genau so müssen wir uns auch erkennen. Viermal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!